Heute geht es um deinen perfekten Tag in Tulum, Mexiko. Wir fahren vom Centro, wir fahren an die Ruinen, dann fahren wir am Playa Paradiso, dann fahren wir zurück zum Centro rein, was Nices essen, dann ein paar Bilder aufnehmen von dem Tulum sein, danach fahren wir in die Hotelzone, was beobachten, richtig krass, das sind Vögel, die ins Wasser stürzen, und dann fahren wir weiter in die Hotelzone, um ein bisschen zu chillen und den Tag abzuschließen, auf gut Deutsch gesagt, und ein paar Drinks reinzuhauen. Ich war die letzten zehn Tage in Tulum und habe für mich so gedacht, okay, was mache ich hier, was mache ich dies, was mache ich das, und dann muss ich eben so recherchieren, Leute fragen, dies, das, anders. Da es sehr viel Zeit verschwendet hat, dachte ich, hey, warum mache ich nicht ein Video, stelle meine Top-Sachen rein, es gibt viel mehr natürlich, aber das sind so die Sachen, die ich gemacht habe, die mir gefallen haben, und die man an einem Tag erledigen kann. Und wenn dir das Video gefällt, die ganzen Infos gefallen, hau ein Like rein, abonniere den Kanal, weil es kommen immer mehr Videos über Mexiko und dann irgendwann mal natürlich aus anderen Ländern der Welt. Als allererstes würde ich ein Fahrrad aus... Ne, warte, als allererstes muss ich erstmal einen Kaffee trinken, ja. Mein Tag fängt nicht ohne Kaffee an, in Tulum gibt es jede Menge gute Kaffees, die irgendwie pro Cappuccino zwei, drei Euro verlangen, aber es gibt auch 7-Eleven Kaffee, wo einfach an so einen Filterkaffee irgendwie, weiß nicht, ich glaube, was 80 Cent kostet. Erstmal einen Kaffee holen und dann würde ich jedem empfehlen, ein Fahrrad auszuleiten. Warum Fahrrad auszuleiten? Weil der Verkehr einfach richtig krank dort ist. Die Straße in der Hotelzone, das ist eine Straße, die ist eigentlich sehr, sehr eng und die ist ständig voll mit beiden Richtungen. Was du mit dem Fahrrad machst, ist, wenn du an den Autos vorbeischlingen, wenn sie irgendwie 3 km pro Stunde oder 5 km pro Stunde fahren, bist du mit 10 km, 15 km pro Stunde richtig krass schnell unterwegs. Gracias. Egal, ob du jetzt im Centro bist oder in der Hotelzone, Fahrrad auszuleiten kann man überall. Centro ist billiger, Hotelzone ist teurer. Im Centro zum Beispiel Dieselladen, da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, ist keine Werbung, ich habe eine gute Erfahrungen mitgemacht, kostet 5 Euro am Tag ungefähr pro Fahrrad und du musst deinen Reisepass oder deine ID oder deinen Führerschein, irgendein Dokument für die als Kaution hinterlassen oder 150 amerikanische Dollar. Ich habe meinen Reisepass hinterlassen oder meinen Führerschein. Habe ich hinterlassen, alles cool, alles easy. In der Hotelzone kosten Fahrräder, ich glaube, 12 Euro, 11 Euro, 10 Euro, je nachdem, was für ein Hotel das ist. Ich habe zweimal Fahrrad ausgeliehen, einmal in der Hotelzone, einmal im Centro und die Preise gelten für 24 Stunden. Um 9 Uhr morgens ausgeliehen, um 9 Uhr morgens zurückgebracht, um 12 Uhr mittags ausgeliehen, um 12 Uhr mittags zurückgebracht, wenn du möchtest. Klar, du kannst auch davor abgeben, aber du kannst bis zu 24 Stunden rausziehen, das Ganze. Aber um sicher zu gehen, solltest du immer nachfragen, wenn du die Fahrräder ausleihst, sind das pro Tag oder pro 24 Stunden. Ein kleiner Insider-Tipp, wenn du ein Fahrrad ausleihst, immer checken, ob das Schloss funktioniert, weil Toolung ist an der Küste, die Luftfeuchtigkeit ist so hoch und die Schlösser, die rosten zu. Das heißt, ich habe zweimal Fahrräder ausgeliehen und zweimal musste ich sagen, hey, mach mal ein bisschen Öl rein, weil der Schlüssel einfach nicht so richtig gut auf- oder zugemacht hatte und ich hatte keine Lust, da irgendwie rumzufummeln, drei Tage lang, bis das Ding zu oder aufgeht. Also holen sie dir wieder 40, spolen das Ding rein, alles cool, alles easy. Ein zweiter Insider-Tipp, kein Bügelschloss nehmen, sondern nimm dir eine Kette. Mit einer Kette bist du viel flexibler. Auf dem Fahrrad kannst du dann am Baum anschließen, an irgendein Ding, an der Palme, ich weiß es nicht, an irgendein Ding. Und Ketten sind meistens so, wie viel sind das, 50, 60 Zentimeter lang. Also du bist viel, viel flexibler. Erste Station für dich sind Maya Ruin. Maya Ruin, ich fand es richtig gut für mich persönlich, das ist halt da, wo die Geschichte herkommt, wir haben die Dinge da aufgebaut, das ist ziemlich nice an der karibischen Küste platziert. Das ist einfach interessant. Eintritt kostet 4 Euro. Hier ein Tipp, sei vor 11 oder am besten vor 10 Uhr da, weil nach 12 zum Beispiel ist die Schlange riesengroß. Ich bin an einem Tag hin und dachte, nee, das stehe ich nicht an. Das ist Wahnsinn, das stehst du wirklich eineinhalb Stunden an. Auch wenn du nachts 12 kommst, musst du beachten, dass die Ruinen um 15 Uhr zumachen. Da ist Feierabend um 15 Uhr. Also die Ruinen machen um 9 auf, am besten so vor 10 da sein, irgendwie eine halbe Stunde oder 15 Minuten anstehen, reingehen, 4 Euro Eintrittszahlen rumlaufen, ein paar Schilder durchlesen, so ein paar Informationen, ein paar Bilder machen, Waran beobachten, da gibt es ein paar Waran, du siehst auch, da gehst du auf jeden Fall vorbei. Und irgendwann mal nach einer Stunde oder eineinhalb Stunden bist du da durch. Also mehr brauchst du auch nicht. Also hier ein kleiner Tipp von mir, wenn du nicht anstehen willst und gar keinen Stress hast und irgendwie das Doppelte zahlen willst, buch dir einen Guide. Kostet 10 US-Dollar pro Person. Und die Vorteile von einem Guide, A, die ziehen dich an der Schlange vorbei, du kannst wirklich direkt mit den Reihen gehen, an allen Leuten vorbei. B, sie gehen rein und sie geben noch eine kleine Tour, die erzählen dir dies und das aneinanders. Klar, die Informationen sind dann irgendwie auf Schildern, kannst du auch selber rausfinden, wenn du sparen möchtest. Aber mit einem Guide kannst du Fragen stellen, was auch immer, weißt du? Dann, C, das ist C, C, ein Guide kann ein Bild von dir machen. Wenn du alleine unterwegs bist mit einem Guide, das ist ganz geil, dann mach da halt oder sie Bilder von dir, wann und wo du willst, ohne Stress. Und hier ein kleiner Tipp für den Tipp. Wenn du einen Guide brauchst oder willst, wenn du die ganze VIP-Tour haben möchtest, buch dir einen Guide nicht online, weil online sind sie viel, viel teurer. Komm da an und dann wirst du wirklich, wenn du in der Schlange stehst oder vor der Kasse, auch nicht vor der Kasse, also vor dem Eingang, wo die Schlange reingeht, zur Kasse, wenn du da stehst, wirst du die Guides sehen. Die laufen ihre Runden und du wirst halt jede Minute schon fast gefragt, ob du einen Guide brauchst. Die Guides gibt es in sehr vielen Sprachen. Also ich habe, als ich da war, ich habe Französisch gehört, ich habe Russisch gehört, ich habe Englisch, Spanisch. Was gab es noch? Ja, ich glaube, diese vier Sprachen, diese vier Sprachen habe ich gehört und da unser Kanal ja auch Deutsch ist, ich glaube, einen deutschen Guide findest du. Muss einfach mal nachfragen. So, wir sind jetzt fertig mit diesen Ruinen. Wir schnappen uns wieder den Fahrrad und fahren ungefähr, was sind das, zehn Minuten mit dem Fahrrad, also fünf bis zehn Minuten mit dem Fahrrad zu Playa Paraiso. Dafür fährst du einfach Richtung Hotelzone und dann wirst du den Eingang zum Playa Paraiso sehen. Nicht, verwechsel diese Eingänge nicht mit Beachclubs Eingängen. Playa Paraiso gibt es zwei offizielle öffentliche Eingänge. Das ist das und das. Habe ich hier auf der Karte markiert. Da kannst du einfach reingehen, Fahrrad irgendwie an einem Baum binden oder sonst irgendwo und dann einfach Playa Paraiso besuchen. Warum Playa Paraiso? Guck mal, das, was du jetzt gerade siehst, ich meine, ist das nicht krass? Ist das einfach die Palmen, das Meer, das Sand, das ist einfach krank. Das ist einfach krank. Und ich persönlich, ich bin gerne Playa Paraiso allein einfach, um zu checken. Alter, du bist jetzt gerade, du bist jetzt gerade in so einem, so einem Postkartenstrand. Weißt du, das geht gar nicht klar. Wichtig zu sagen, dieses Video ist nicht farbkorrigiert. Das ist wirklich, so wie du es siehst, ist wirklich so vor Ort. Und das Wasser ist genauso blau und der Sand ist genauso weiß. Tipp zu Playa Paraiso, eigentlich gibt es nur einen, nimm deine Sonnenbrille mit. Ein kleiner Tipp, wenn man zum Strand geht, nimm auf jeden Fall Sonnenbrille mit. Weil, kennt ihr das, wenn man vom Schnee, vom weißen Schnee, wenn Sonne scheint und der Schnee ist super weiß, dann hat man die Augen weh. So genau ist es jetzt auch hier. Von dem Ganzen, der Sand ist extremst weiß, so wie Mehl schon fast. Und ohne Sonnenbrille tun die Augen sehr, sehr weh. Wir sind jetzt fertig mit Playa Paraiso, springen wieder auf unser Fahrrad und fahren in die Stadt rein, durch die Stadt durch, zu El Cameo Junior. I think, ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen, El Cameo Junior. Warum dort essen? Keine Werbung, das ist wirklich so. A, ist das ein sehr lokales Restaurant. Das sind sehr viele Einheimische, die dort essen. Ich war da zwei oder dreimal schon und wenig Touristen, viele Einheimische, sehr gute Preise, sehr gute Portionen und das ist krass, krass lecker. Wie du siehst, ich habe hier diese Sachen für mich bestellt. Ich habe eine kleine, das ist eine kleine Portion, eine Portion Cevice Mixto, also gemischte Cevice oder Cevice, wie man das auch spricht. Eine kleine Portion. Es gibt klein, mittel und groß und das ist eine kleine und meiner Meinung nach reicht diese kleine für zwei Leute. Dann habe ich eben diese Suppe mit Meeresfrüchten bestellt, richtig krass gefüllt mit Krabenfleisch, mit Shrimps und Oktopus und richtig krank, richtig, richtig gut und dann gab es eine Flasche Wasser dazu. Hier ein kleiner Tipp, in diesem Laden gibt es die Nachos und die Salsa als allererstes for free, als Snack, als Aperitif. Du kommst rein, die hauen dir gleich einen Teller Nachos rein. Das ist tatsächlich so eine Chips, große, große Portion Nachos, Boom, Salz her und je nachdem, wie dein Appetit ist oder wie viel Essen du schaffst, musst du gucken, weil diese Nachos, die sind gut und du sitzt da und wartest aufs Essen und bist die ganze Zeit am Knabbern, 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 Knabbern und irgendwann mal, bis das erste Essen rankommt, bist du so, fuck, ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr. Fertig mit dem Essen, aufs Fahrrad springen und dann wieder zurück zur Hotelzone fahren. Dabei fahren wir hier im Zentrum an diesem Tulum-Zeichen vorbei einfach ein paar Touristenbilder machen. Ganz geil. Zack, zack. So nimmt man Selfies, wenn man alleine reist. Du hast jetzt die Ruinen gesehen, du hast jetzt Bilder gemacht, du hast geil gegessen, jetzt springst wieder auf Fahrrad und fährst wieder in die Hotelzone und zwar diese Vögel beobachten. Das ist so ein Tipp, wo wenig Leute davon wissen. Du fährst einfach mit dem Fahrrad in die Hotelzone rein und irgendwann mal wirst du an einer offenen Küstenstraße sein. Keine Hotels mehr, Küstenstraße, das ist ein Abschnitt, glaube ich, von 300, 500 Metern oder sowas. Da parkst du einfach dein Fahrrad und beobachtest diese Vögel, wie sie ins Wasser reinstürzen. fliegen hoch, schauen von oben, wo die Fische sind und dann ballern einfach rein und ja, ja, und essen diese Vögel, was macht man dann sonst? Und weiter geht's. Jetzt fahren wir zu La Euphemia, so heißt das. Ich habe immer ein Problem, das auszusprechen. La Euphemia, das ist so ein Taco-Bitch-Club ganz am Ende der Hotelzone. Warum La Euphemia? Weil, A, gibt es günstige Tacos. Für die Hotelzone sind die Tacos einfach günstig. Pro Taco zahlt sie irgendwie 1 oder 1,50 Euro. Es gibt sehr gute Drinks, die auch günstig sind und es gibt kein Minimum Charge für die Sitze oder für die Sun, diese Sonnenbetten oder Sonnenmatratzen da vorne am Strand. Das heißt, wenn du da ankommst und ein Ding ist frei, dann kannst du dich hinflacken den ganzen Tag immer wieder was bestellen, easy peasy und dann wirklich hast du so eine Bitch-Club-Atmosphäre mit richtig nicer Musik, mit korenen Leuten um dich rum, Wasser irgendwie 10 Meter vor dir und es kostet dich so gesehen, nichts, weil eben normale Bitch-Clubs, diese fancy Bitch-Clubs, da hast du Mindestverzehr pro Person 50 Dollar, US-Dollar oder 100 US-Dollar. Hier ein Hinweis, es ist, auf dieser Seite des Strandes gibt es keinen Sonnenuntergang. Sonnenuntergang geht dann zu deiner rechten Schulter unter, das heißt, irgendwo so über den Dschungel und du wirst, du wirst schon, das wird schon nice sein, weil die Farben geil sind, etc., aber du wirst jetzt nicht hier die Sonne wirklich vor dir ins Wasser untergehen sehen. Das wird nicht passieren. Nichtsdestotrotz, Lifehimea ist ein guter Laden, um abzuhängen und eben dir gut gehen zu lassen, auf gut Deutsch gesagt. Es gibt natürlich sehr viel mehr Sachen, die man machen kann. Ich würde diese Sachen empfehlen und falls du noch mehr Zeit hast, dann mach halt ein paar andere Sachen, besuch ein paar Zenottes, geh irgendwo anders essen, weiß nicht, chillen, Beachclubs, was auch immer du machen möchtest. Also, falls dieses Video Sinn macht für dich, ja, also falls du Infos da rausgezogen hast, hau ein Like rein, abonnier deinen Kanal und falls nicht, ja, schreib mir in die Kommentare rein, was ich noch in weiteren Videos, Informationen, welche Informationen ich mit einschließen soll oder vielleicht Budget oder sonst irgendwas. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback, viele Grüße und bis bald auf diesem Kanal. Cheers.